Glückwunsch hier an Niko Kovac für sein neues Engagement. Die haben wirklich in den letzten Jahren Großartiges geschafft. Erstmal Niko sie aus der Abstiegsregion, sie da rausgeholt. Jetzt spielen sie um die oberen Ränge mit und diese Ziele haben sie jetzt vor Augen. Deshalb werden die 100% konzentriert hierher kommen mit dem Ziel hier was mitzunehmen. Ich beschäftige mich jetzt mit meinen Spielern und versuche die bestmöglich einzustellen. Wir haben ja jetzt in der Vergangenheit auch gehabt, gerade nach guten Spielen, dass es dann ein bisschen weniger geworden ist. Ich versuche mich auf meine zu konzentrieren, habe jetzt überhaupt keine Kapazität mich in die Gegner rein zu versetzen. Da müssen sie die fragen. Ich gehe davon aus, dass sie das schaffen, dass sie professionell genug sind. Ich glaube jeder hat jetzt die Situation erkannt. Es geht auf die Zielgerade oder wir sind auf der Zielgerade. Jetzt kommt ein Gegner, der mit uns auf Augenhöhe ist, der um diese Plätze kämpft. Es wäre auch ein Riesenschritt nach vorne, wenn wir im Heimspiel mal eine Mannschaft schlagen könnten, die unter den ersten sechs steht. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Ich spiel mir alles gut, dass es eine Nase ist, dass es in der ersten sechsnytelungen dafür ist. Vielen Dank.